Die zwei aus den Fehlern getrieben, die mir mit denselben Fragen auf den Pelz rückte, mit denen Sie mir jetzt den Nerv töten. Haben Sie die Fotos noch, die Sie an dem Tag gemacht haben? Natürlich, in meinem Archiv. Guten Tag, heute zeigt Ihnen Mama Lucia, wie man Tortellini macht. Ecco gli ingredienti, Parmigiano, Prosciutto, Panna, molto bene. Il ripieno sulla pasta, fare i Tortellini, benissimo. Gettarli nell'acqua con lente. Il Prosciutto tagliato nella panna, del Parmigiano. Ah, bella Italia, fantastico. Si, si. Dottore Ente, Qualitet, ist das bester Rezept? Das ist das Zeichen für Wohlbefinden. Keller bestellen so ihren Wunderberg. Die Innovation im Frisurenstyling. Das neue Freestyle-Mikroschaumsystem. Formel- und Feindosierer für festen Schaum. Für langen Halt, mehr Fülle, ohne zu verkleben. Freestyle, das Mikroschaumsystem von L'Oreal. Lange Halt, ohne zu verkleben. Der neue Mitsubishi Colt. Immer gut für eine Überraschung. Ich weiß noch ganz genau, als ich das erste Bonbon von meinem Großvater bekam. Es war Werthers Echte. Und ich war vier. Ich hatte ein bisschen Mühe, das glitzernde, goldene Bonbon auszuwickeln. Aber dann, ich werde nie diesen ersten Geschmack vergessen. Süß und zahnig und unheimlich gut. Ich spüre, es muss was ganz Besonderes sein, wenn dein Opa dir ein so wunderbares Bonbon schenkt. Ja, nun bin ich der Großvater. Und was sonst wohl würde ich meinem kleinen Enkel geben, als meine Wärters Echte? Er ist nämlich auch was ganz Besonderes. Hiermit vererbe ich dir das ganze Geld, mit der Auflage es gut anzulegen. Mach in Gold. Antiquitäten. Mach in Gold. Hast ja keine Ahnung. Gold ist das einzig Richtige. Immobilien gehört die Zukunft. Für die Anlageberatung ist die Sparkasse die richtige Adresse. Wenn's um Geld geht, Sparkasse. Wenn der Tag zur Ruhe kommt Weinbrand Maria Krumm Weinbrand Maria Krumm Vollmundig im Geschmack Und sie sprudeln über vor Freche. Und sie sprudeln über vor Freche. Und sie sprudeln über vor Freche. Nicht meine besten Arbeiten, fürchte ich.